Der deutsche Maschinen- und Anlagenbau verzeichnete im Mai einen Rückgang seiner Auftragseingänge im Vorjahresvergleich von 6 Prozent. Im Ausland haben wir ein Minus von 8 Prozent, im Inland von 4 Prozent. Der im Vormonat April befürchtete Einbruch ist ausgeblieben. Zur Erinnerung, wir hatten im April einen Rückgang von 11 Prozent, diesmal nur einstellig. Wir bewegen uns ungefähr auf dem Durchschnittsniveau des Vorjahres. Insofern haben wir die durchaus berechtigte Hoffnung, dass wir auch in den kommenden Monaten, im zweiten Halbjahr, auch wieder Plusraten beim Auftragseingang zeichnen können. Insgesamt bestätigt sich das Bild einer wieder anziehenden Nachfrage im Ausland, insbesondere im Nicht-Euro-Raum. Das Inland dürfte die Talsohle erreichen. Nicht so gut läuft es bei den Euro-Partnerländern. In den ersten vier Monaten haben wir im Maschinenbau einen Produktionszuwachs von 7 Prozent. Nach der Delle im vierten Quartal 2011 hat also die Produktion wieder deutlich angezogen. Das ist insofern ungewöhnlich, weil der Auftragseingang bereits im Frühjahr seinen Höhepunkt erreicht hatte. Wir also seitdem rückläufige Auftragseingänge verzeichnen mussten. Üblicherweise haben wir ein Timelag von drei, maximal sechs Monaten zwischen Auftragseingang und Umsatz, beziehungsweise Produktion, sprich der Rückgang der Auftragseingänge, hätte sich schon bei der Produktion niederschlagen müssen. Über den Grund kann man trefflich spekulieren. Natürlich können langlaufende Aufträge ein Grund sein, Verlagerungen, auch Großaufträge, möglicherweise auch die Reaktivierung von bereits stornierten, in der Krise stornierten Aufträgen. Letztlich werden wir es wohl nie richtig erfahren. Wir müssen uns also durchaus hier noch auf niedrige Wachstumsraten einstellen bei der Produktion. Im April gab es einen ersten Hinweis. Mit plus zwei Prozent fiel der Zuwachs nicht mehr so groß aus. Aber insgesamt ein guter Start natürlich in ein wahrscheinlich nicht so einfaches Jahr. Deutschland, die deutsche Politik und die deutsche Wirtschaft haben turbulente Wochen hinter sich. Die Euro-Krise belastet. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass die Erwartungen der deutschen Wirtschaft rückläufig waren. Wir haben das letzte Woche beim IFO-Geschäftsklima ganz deutlich gesehen, auch für den Maschinenbau. Besonders signifikant zurückgegangen sind die Exporterwartungen. Hier sollten wir nicht nur auf den Euroraum schauen. Natürlich ist der Euroraum wichtig für unser Geschäft. Ungefähr ein Viertel unserer Exporte gehen in Euro-Partnerländer. Aber ebenfalls fast ein Viertel unserer Prozente gehen in die BRIC-Länder. Und hier stellen wir schon fest, dass die dort erwartete, die dort erhoffte wirtschaftliche Belebung wohl nicht so flüssig vonstatten geht, wie wir uns das wünschen würden. Insbesondere China, unser größter einzelner Markt, bestellt auch nur zögerlich. Die Exporte sind rückläufig im Vorjahresvergleich. Wir bewegen uns zwar auf einem sehr hohen Niveau, aber wir haben ja einen Rückgang von ungefähr 10 Prozent. In China steht ein Machtwechsel an. Viele Projekte werden offenbar zurückgehalten. Zudem belastet der niedrige Grad des Wirtschaftswachstums. Die Kapazitäten sind gut vorhanden. Man muss nicht so viel investieren. In Indien gibt es auch politische Themen, die nicht umgesetzt werden. Auch hier stehen Wahlen an. Gut läuft es in Russland. Hier haben wir einen Zuwachs von über 20 Prozent bei den Exporten. Man muss jetzt warten, wie nachhaltig das ist. Aber insgesamt lohnt es sich durchaus auch, über die europäischen Grenzen weiter zu schauen.